Anne und Michael Rüdebusch heißt das neue Schafferpaar der Wildeshauser Schützengilde. Im Beisein hunderter Zuschauer ist er am Dienstag um Mittelnacht vor dem Rathaus von General Jens Kuraschinski vorgestellt worden. Zuvor war das neue Schafferpaar zu Hause abgeholt worden. Michael Rüdebusch ist seit 2004 Gildenmitglied und war 2015 Wahlmann der Kompanie Kornauer Tor. 2016 nahm er erstmals am Schaffermal teil. Kommende Woche wird er 30 Jahre alt. Der Wildeshauser gehört dem Gilde-Klub Los Gilderados an, deren Mitglieder auf dem Markt ganz lautstark jubelten.